Die Anbauregion Chianti dei Colli Senesi ist das südlichste Anbaugebiet des Chianti. Es liegt unterhalb von Siena. Hier wird der Sangiovese besonders vollendet und zeigt daher viel reifes Tannin. Bei Titular Strozzi wurde der Chianti hauptsächlich aus Sangiovese erzeugt und im Stahltank ausgebaut. Ein wunderbar fruchtbetonter, saftiger, charmanter und weicher Chianti, der perfekt zur Pasta mit Tomatensauce oder zur Pizza passt, aber auch ein klasse Wein für Partys ist.